moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch ein paar infos geben wie ihr wieder gratis items bekommen könnt und zwar gibt es bald wieder die fncs dort könnt ihr ein spraymotiv ein rücken accessoire und eine banner gratis freischalten durch twitch drops wann die fncs sind zeige ich euch leute hier steht die übertragung der fortnite champion series gehen am ersten august 2020 19 uhr mitteleuropäische zeit wieder los schaut euch von der qualifikation bis zu den finals die live übertragung für europa und nordamerika auf twitch und youtube an oder genießt ein noch besseres zuschauer erlebnis auf watch fortnite mit fncs live bestlisten in den fncs übertragungen seht ihr an zwei wochenenden 1. und 2. august sowie 8. und 9. august live die qualifikationen und circa eine woche später 14. bis 16. august die finals so leute hier der zeitplan steht hier auch übertragungsbeginn wird immer sein 19 uhr bis 2 uhr 30 ist das ungefähre ende und dadurch könnt ihr twitch drops bekommen also halt durch zuschauen bekommt ihr dann die twitch drops und für alle content creator unter uns ihr habt auch die möglichkeit euren kanal für twitch drops zu qualifizieren ihr müsst einfach dann auf diese e mail schreibt ihr eine anfrage dass ihr gerne auf euren kanal auch die drops hättet und ja dann habt ihr die möglichkeit dass auch leute durch zuschauen bei euch diese items halt freischalten können was ihr aber machen müsst leute oder beziehungsweise was ihr braucht euer twitch account muss mit eurem epic account verknüpft sein wie ihr das ganze macht leute ihr klickt hier auf diesen link werdet direkt weitergeleitet könnt euch dann anmelden und wenn ihr angemeldet seid geht ihr auf verbundene content geht ihr auf content wie ihr seht ich bin schon mit twitch verbunden aber falls ihr das nicht seid klickt ihr einfach dann hier auch verbinden so wie hier und meldet euch mit euren twitch daten an und ihr seid dann verbunden leute ja den link zu dieser seite wo man wo man sein epic verknüpfen kann werde ich auch in die video beschreibung tun ansonsten wäre es das eigentlich von mir leute wie gesagt schaut rein verpasst die termine nicht die seite werde ich euch auch verlinken und ja das war's dann falls euch das video gefallen hat würde ich mich auf jeden fall über eure support durch likes und abos und was auch immer freunde ansonsten war es das von mir vielen dank und bis zum nächsten mal